Ja, ja, das passt schon. Das ist Bernwald, das ist ein bisschen zu weit weg. Ich habe wirklich keine Lust, da jetzt nochmal rüber zu segeln. Muss man alles prüfen. Ne, die Treppe, da ist die Treppe. Hat er denn nicht auch irgendwie hier, ne? Oder hat er uns einfach nur so aus Spaß einen Schlüssel gegeben und gesagt, macht mal. Muss ich ihn natürlich noch finden in seinem überhaupt nicht völlig überzogen leeren großen Schloss, in dem er natürlich ganz alleine wohnt. Ne, das ist ein City irgendwie gar nicht. Hm. Hm. Okay. Daneben nicht. Pff, wer nicht will, ne? Der hat schon. Gut, äh, Moment, wo, wo bin ich jetzt? Ah, hier richtig, hier bin ich. Komm hier, ich mach die Splatt, Alter. Rücken einfach mal vor und dann mähen wir den einfach um. Komm. Also es sollte natürlich, ich verfehle. Ne, das schon dreimal angreifen, ich immer noch nur einmal. Das ist schon so leicht unfair. So dezent. Habe ich immer noch das falsche Schwert? Nein, das ist das Richtige. Es taugt mir nix. Wett mal, erhöht das nicht meine Stärke? Au. Will dieses scheiß Wachgut denn bitte mal sterben? Nein. Was erhöht denn das? Hm. Keine noch Details. Schlagen wir's tot. Uh, Glück gehabt. Ich könnte natürlich nur Magie benutzen, aber nö. Ich krieg das auch so tot. Denk ich. Au. Also, wenn das Ding bald mal stirbt. Will mir aber scheinbar den Gefallen nicht tun. Komm schon. Alter, was hat denn viele Lebenspunkte? Hat denn das hier? Oh ja. Okay, das geht sogar noch halbwegs. Also der Schaden. Puh. Na komm. Ich hab hier noch inzwischen locker über 200. Na, doch. Also über 100 auf jeden Fall schon. Boah. Jeder bekommt 200 Erfahrungspunkte. Yes! Attack-Baron ist nur 2. Na also. Das hat Papa doch empfohlen. Älter Arzt empfohlen. Papa, was? Ach, dumme Sklave. So. Was ist denn hier so? Was bewachen denn die? Eine beschissene Steinstatue. Das ist alles. Geht's hier noch irgendwo rein? Nein. Das ist wie verarschend. Der kann doch nicht einfach nur... Ah. Hab ich mir auch gleich gedacht. So. Geht's da auch nochmal irgendwo rein? Oder? Da rum. Und dann geht's gleich da rein. Gut. Haben wir Schellerchen gedrückt. Das hat da unten offensichtlich was aufgemacht. Ich denke mal nicht, dass der Baron was vergegen hat. Das wäre einfach mal sein Schloss zerstückeln. Warum sollte er? Ist er nur so eins? Oh nö... Noch so ein Ding, wirklich... 2! Bist du mich verarschen? Ich hatte mit einem schon meine lieben probleme Aber 2? Nee... Tun können die ja zum Glück nicht passieren Weil... Davon können die natürlich durch Türen gehen Ist das neu? Was konnten den Ambers da nicht? Gut, dann muss ich wohl, ne? Es sei denn, ich will lieber das Haus des Barons betreten Was kann sie denn so ein Zauber? Das ist alles nicht so das wahre Das Problem ist ja irgendwie 2 Millionen Lebenspunkte, ne? Könntest du das bitte lassen? Okay, Erdbeb will ich schon mal lernen Ich nehme nicht an, dass der irgendwann mal hier vorkommt, ne? Ja, ja, nee, nee, nee Ich brauche mal so dezente Heilung Soll ich das noch überlegen? Und dass ich jetzt nochmal Oh, das ist gar nicht noch so wenig Ähm Wenn ich jetzt zweimal angreifen darf, hilft mir auch noch bedingt weiter Und tschüss Und tschüss, was glaube ich da für ein Unsinn Au Ich habe mich da eventuell leicht verkalkuliert, als ich mir dachte Ich mache diesen einen platt und dann läuft der Rest schon wie von alleine, ne? Nein Warum scheitert das bei denen auch nie? 20, jawohl Mit klare Heilung Egil Zum Glück jetzt liegen die nie Ich weiß gar nicht, woran das liegen könnte Vielleicht irgendwann mit 99 Milliarden Prozent Wahrscheinlichkeit zu treffen Hä? mit 99 Milliarden, warum? Keine Ahnung Entweder heilen die deutlich mehr, als den peloIX. absorbing glaube ich oder Essenz Und... Ach nööööööööööööööööö 3 Hoöööööööömalöööööööö cognitive Miststück. Gut, Bewegung. Ich hab nur noch einmal heilen, du Mistkrank. Hier, nimm das. Nimm 12. Die neue Mark von Nimm 2. Jetzt, mit mehr nehmen. Das ist so schlecht, die Witze, die ich manchmal mache. Schlecht ist da gar kein Ausdruck mehr. Würdest du bitte mal sterben? Wow, ich bekomme 2 Stück von denen platt. Hoffe ich. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich benutze noch mal eine Heile. Es gibt gleich noch mal 400 Erfahrungspunkte. Hoffe ich. Für alle. Wenn alle noch leben. Komm schon. So weit doch nicht. 10. 5. Irgendwann habe ich das Problem, ich habe das Gefühl, dass Gimitar werde die bessere Wahl. Weiß nicht, woher ich das Gefühl nehme. Einen. Wow, wirklich? Einen ganzen? Ja, steigt noch ein Level auf. Du hast ja viel zu viele Trainingspunkte. Gut, aber hey, war doch ganz einfach. Seht ihr? Ich habe da nicht einen Moment lang gezweifelt, dass ich das schaffe. Lass mich raten. Dahin sind jetzt noch mal zwei Schalter. Nein, eine Schatzkiste von unermesslicher Reichtümer. Ich habe Stiefel gefunden, die ich nicht mitnehmen kann, weil ich keinen Platz mehr habe. Warte mal, ich glaube ich schon mal, dass mir die Buckler wegkommt. Warte mal, kein Gold, bist du verrückt? Ich kann es trotzdem noch nicht mitnehmen. Ich könnte es natürlich einfach in die Kiste lagern. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich vermute mal, diese Stiefel machen mich schneller. So, tausche Buckler gegen Blitzstiefel, klingt fair. Stört das den Baron irgendwie, dass wir seine Stiefel klauen? Welche Stiefel? Was ist denn der Baron? Da ist der Baron. Nö. Das scheint er nicht übrigens zu jucken. Ich bin jetzt hier zurück. Ich fühle mich das Schloss leicht verwehrend. Da. Palast. Ist ja gar kein Schloss. Das ist ja ein Palast. Da muss ich raus. Wir wollen noch einen besiegt bekommen. Also einen bestimmt noch. Zwei? Ne, zwei schaffe ich nicht nochmal. Aber einen? Einer muss noch gehen. Ich wünsche dir zu gern, was da noch in den Kisten ist. Na, kleiner Wachgolem. Paus, Maul. Ja, die Zeiten, wo ihr irgendwas zu sagen habt, das sind vorbei, ne? Jetzt hau ich einer aufs Maul. Vier. Yeah. Pff. Anfänger. Neunzehn. Yes. Ich sollte hier vielleicht auch das Skibitar in die Hand drücken. Und es scheint mächtiger zu sein. Ach was. Ich schaue es auch so. Fischung völlig bepowert. So muss das. Einen. Das liebe ich jetzt nicht so sehr. 27. Aber ich habe ja hier nochmal leichte Heilung nicht. Nicht verfügbar. Ich habe mich nicht auf dem Lager. Müssen wir das bestellen. Kommen Sie morgen wieder. Mit morgen meine ich nächsten Monat. So, komm schon. Mäh ihn um. Mäh ihn doch um. Geht nicht. Ich habe mein Rasenmäher daheim vergessen. Ja, der Witz ist genauso schlecht, wie er es nicht anhört. Komm schon. 12. 11. Das reicht nicht. Oh, jetzt ist mein Lungen. Sehr gut. 6. Was ist denn jetzt kaputt? IGL. Hör auf mit dem Unsinn. Mach's richtig. Na gut, der Golem hat schon Bauch gehört. Und das ist richtig zu machen. Yes. Und tschüss. Warum ist das immer noch aktiv? Speichern. Na, da steht der nächste schon. Bist du auch nur einer? Oder bist... Nein, du bist zwei. Das... Das... Nee. Ich sehe es realistisch. Das wird nichts. Okay. Aber hey, ich habe schon mal den ersten besiegt. Ich habe schon mal... Was machen wir überhaupt diese Blitzstiefel? Wer hat denn die überhaupt? Ja, die... Ich vermute mal, sie machen mich schneller. Äh... 44. Und jetzt habe ich... 69. Ja. Mal nachgucken. Ja. Ja, ja. Dann würde ich sagen, ich lege die mal an. Dann kann die auch... Die irgendwie mir... Ja, plus vier. Die machen, glaube ich, auch plus vier, ne? Sie hat ja schon die Flinkschuhe. Äh, kann ich also nicht so mit Anfang... Also verkaufen. Oh Gott. Ist der mir hinterher gelaufen? Ich glaube, der ist mir hinterher. Die können nicht... Nein, nein, nein. Gebäude können die bestimmt nicht verlassen. Oder? Ich will es nicht da rausfinden. So, wir reparieren hier... Mal das notierte Leder... Für 105 Pfennige. Habe ich noch irgendwas kaputtes? Ja, der Let's Player ist ziemlich kaputt. So, diese magische Wurfachs. Konnte man da nicht irgendwie unbegrenzt auf die Werfen oder so? Die konnten die alles benutzen. Ach, nee, magische Wurfachs. Was ist denn das? Das heißt, denkt auch. Ah, ein Krieger, Paladin, Dieb und Ranger. Deswegen kriegst du jetzt mal... Deswegen kriegst du jetzt mal... Eigentlich mal eine Wurfachs. Wenn du mal 25 Schaden machst. Und schon mal ein Prozent mehr ist auf der Bogen. So, dann hatte ich hier noch irgendwie anderes Zeug, das für die Versprechen klang, wenn ich es finden würde. Zielbroschel. Jetzt habe ich eine Wahrscheinlichkeit von 95%. Ich will mal kurz testen, wie viel genau die mehr bringt. Zielbrosche. Okay, Schampe auch, aber Eagle macht mehr Schaden, deswegen kriegt die Eagle. Paradering. Was macht der Parade? 77 und 95. Oh Gott, nein, 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 nein. Wir sind schon wieder auf dem Niveau. Wirklich. Hallo? Solange spiele ich doch noch gar nicht. Ich habe hier schon überall... Ich glaube, ich habe bald mehr Sternchen als ein Ambass da. Und ich bin hier noch nicht mal ein Annähernd am Ende. Denke ich, oder? Oder? Was mache ich mit dem ganzen Zeug? Ein paar Schmuckstücke könnte ich kaufen, ne? Dann werde ich mein Geld machen los. Ich muss mir was zum Schlafen. Schlafen! Ich fahre jetzt nach Dings und kaufe ein paar Schmuckstücke. Wobei, wollte die in Ilien nicht auch noch? Ach was. So durch den Wald in die Nacht hinein. Machen wir hier. Bis zum Morgen, Grauen. Gehen wir uns ein paar Schmuckstücke kaufen. Hier ist Berg und so. Und das Schiff. Da ist das Schiff. Da gab es den Ilien nicht noch irgendwelche fetten Waffen zum kaufen. Aber die konnte ich... Ich glaube, dafür habe ich nicht genug Gold, ne? Noch nicht. Wir speichern erst mal. Okay, danke. Wir fahren erst mal nach Ilien. Habe ich gerade beschlossen. So, wie komme ich denn am dümmsten hin? Wie verlängere ich den Weg denn aufs Maximum? Wir fahren erst mal rum. Und fahren rum. Und wir fahren rum. Und dann haben wir drum ausgesoffen und waren betrunken. Und dann sind wir gegen die Wand gefahren. Weil auf Meeren... Auf Meeren ja so oft... Oder es ist eher ein Meer... ...die auch so oft zum Ende stehen. Und dann gehen wir ein Stück nach rechts. Ich weiß auch gar nicht so genau, wo wir bis wann. Hier habe ich so eine Eintiefung. Irgendwie ist die Abzirkade nicht verzeichnet. Ah, passt schon. So. 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 Ist Ilien da drin? Oder... Bin ich völlig falsch? Nein, ich bin nicht völlig falsch. Ich komme noch nicht wieder. Ich laufe ja schon. Hast gewonnen, Spiele. Ich laufe ja. So. Wann kriege ich mal einen Adler? So. Da war ein Trankhändler. Geh mal was zu dem. Ich kaufe erst mal hier das Kurzschwert. Ich kaufe natürlich alles mit ihr, weil... Ich habe davon 20 Millionen für diese Kurzbögen. So. So genau was ich brauche. Mehr Geld. Wie ich es wieder ausgeben kann. Bis zum nächsten Mal. Ich habe das über spent Вот. Und bis zum nächsten Mal. parc